Was geht ab, Leute? Euer Frapses hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute mit dem, ja, neuen Shop-Video. Das Ding ist, Freunde, tut mir auf jeden Fall leid, dass das Ganze so spät online kommt. Es ist erst 2.20 Uhr, oder was heißt erst? Es ist schon 2.20 Uhr und ich nehme das Ganze hier auf. Gab auf jeden Fall so die ein oder anderen Probleme. Ihr könnt ja gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Fraps und schrisch YT würde mich auch mega über ein, ja, Follow freuen. Dann wisst ihr auch immer, warum das Ganze so spät ist oder, oder, oder. Und ja, deswegen tut es mir auf jeden Fall leid, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem nichts verpasst. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit dem ersten Shop an. Und zwar ist, wie gestern bereits schon gesagt, die Zuckerfee ins Spiel gekommen. Deswegen fangen wir auf der linken Seite an. Und zwar, Freunde, hat Fortnite das Ganze gestern aus Versehen in die Story gepostet. Also offizielle Fortnite-Instagram-Story. Da posten sie ja immer den neuen Shop und da haben sie das schon bereits dort geleakt gehabt. Wir haben hier so ein cooles Rücken-Accessoire, muss ich auf jeden Fall ehrlich sagen. Und halt das allererste Mal so eine außergewöhnliche Frau. Bruder, absolut gerade Stimme weg, aber Leben ist hart. Und ja, ich werde mir diese Frau kaufen. Ich finde den Skin jetzt nicht so übertrieben krass. Aber, Freunde, wir müssen das so sehen. Es ist halt ein extravaganter Skin, der höchstwahrscheinlich nicht noch einmal in den Shop kommt. Viele dachten auch, dass diese Frau halt kommt, dass dann eventuell der männliche Elfen-Skin kommt. Vom letzten Jahr aus Weihnachten. Leider ist es nicht so gewesen, deswegen, ja, RIP würde ich sagen, ne? Also ich gönne mir hier erstmal diese Zuckerfee, weil, wie gesagt, die ist halt extravagant. Cool finde ich es jetzt nicht. So, Freunde, dann haben wir auf der linken Seite, auf der rechten Seite der linken Seite, einmal die Spinnenskins. Und ich muss ehrlich sein, ja, den Mann finde ich jetzt nicht so geil. Die Frau ist eigentlich ganz in Ordnung, vor allem hier mit dem Rücken-Accessoire. Sieht natürlich auch richtig krass aus, muss man sagen. Ist halt eine Ramirez. Das muss man halt selber entscheiden, ob man sich das Ganze gönnt oder nicht. Wir haben ja auch die Spitzhacke passend dazu und natürlich den Gleiter. Auf der rechten Seite haben wir den Russentanz, Freunde, für 800 V-Bucks. Hierbei muss ich auch dann wieder erwähnen, dass man selber entscheiden muss, ob man sich das gönnt oder nicht. Ist natürlich halt ein bisschen ausgelutscht, aber ansonsten war es damals doch schon ein recht cooler M-Mode. Wir haben den Prisma-Gleiter für 800 V-Bucks am Start. Außerdem haben wir den High-Race-Trooper da. Für auch 800 V-Bucks finde ich mega geil. Ist halt ein Ben, der ausnahmsweise mal braune Haare hat. Und er sieht auch eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir den Banditen am Start für 1200 V-Bucks. Ja, Freunde, der Skin gefällt mir nicht, deswegen werde ich da die Finger davon lassen. Wir haben den Emote Schrullig und zwar ist es Dammatukosita. In einer Fake-Version für 500 V-Bucks feiere ich auch vom Beter. Mega, mega geil. Dann haben wir den taktischen Spaten am Start für 500 V-Bucks. Und hierbei muss ich sagen, für 500 V-Bucks, so eine Spitzhacke geht eigentlich absolut in Ordnung. Dann, Freunde, würde ich sagen, checkt gerne die Videobeschreibung aus. Für super günstige PSN-Karten, die halt von 2-3 Minuten geliefert werden. Außerdem gibt es derzeit auf MMOGA ein Angebot. 35 Euro Playstation-Karten kosten nur 30 Euro. Also schaut da mal gerne vorbei, würde mich persönlich mega freuen. Und, Freunde, ihr kriegt dort das Eon-Bundle. Den Reflex-Skin könnt ihr dort euch kaufen. Plus, ihr könnt euch dort auch Royal Bomber-Skin und natürlich auch die Freeze-Bundle gönnen. Also da gibt es auf jeden Fall eigentlich alles zu einem sehr günstigen Preis. Also schaut da mal gerne vorbei. Im Ready-Die-Welt-Shop haben wir das legendäre Trollschatz-Lama für 1000 V-Bucks bekommen. Plus, wir haben zwei Upgrade-Lamas kostenlos auf unseren Nacken erhalten. Wieder wie gestern und vorgestern und vor, 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 vorgestern. Und wir haben im Event-Store leider nichts Neues. Soviel auf jeden Fall zum Video. Wie gesagt, tut mir auf jeden Fall nochmal leid, dass das Ganze so spät erst online gekommen ist. Leben ist hart, weil man kann nicht alles halt einfach perfekt machen. Ich entschuldige mich hier an der Stelle und wünsche euch natürlich allen einen angenehmen Tag. Wenn wir da sagen, Leute, haut rein. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Wir sehen uns morgen im nächsten Video.